Seit 1999, also nicht erst seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine, unterhält die NATO in Stettin das Hauptquartier des Multinational Corps Northeast. Das ist das Schlüsselelement zur Abschreckung und Verteidigung an der NATO-Nordostflanke. Und daher freue ich mich sehr, heute unseren heutigen Gast, den kommandierenden General dieses Hauptquartiers, den Generalleutnant Jürgen Joachim von Sandrath hier zu begrüßen. Guten Tag, Herr General. Ich grüße Sie, Frau Kapitän. Doch bevor Sie sich den Fragen unserer Community und unserer Zuschauenden stellen dürfen, möchte ich einige einleitende und erklärende Worte geben zu Ihrem doch sehr einzigartigen und besonderen Kommando. Wir sehen hier Bilder von der Übung Steadfast Jupiter im vergangenen Jahr. Das Hauptquartier des Multinational Corps Northeast befindet sich, wie gesagt, im polnischen Stettin und es ist eins von insgesamt neun Hauptquartieren Land und somit Teil der Streitkräftestruktur der NATO. Einzigartig ist, dass es das einzige Hauptquartier mit einem festen regionalen Verantwortungsbereich ist, nämlich Polen, die drei weltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, sowie die Slowakei und Ungarn. Der Chorstab besteht aus den Führungsnationen Dänemark, Polen und Deutschland sowie 22 weiteren Nationen. Generalleutnant von Sandrath ist nicht nur der kommandierende General dieses Stabes, sondern auch bei Nachgefragt der erste NATO-General, der sich unseren Fragen heute stellt. Sie sind kommandierender General des Hauptquartiers des Multinationalen Corps Nordost. Ein langes Wort, definitiv haben das unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch nicht in einer Stellenbeschreibung so gelesen. Können Sie uns kurz erklären, was das bedeutet? Sehr gerne. Der kommandierende General eines Chor-Hauptquartiers. Ich als kommandierende General des Multinationalen Corps Nordost bin der taktische Führer für Landoperationen in meinem Verantwortungsbereich, der sich wie beschrieben hier auf der Karte zwischen Estland und Ungarn befindet. Ich bin verantwortlich für die Planung und Führung von Operationen, Landoperationen in diesem Raum. In Anbetracht der aktuellen Lage in der Ukraine, wie können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sich das vorstellen? Sind Sie dort in einer anhaltenden Alarmbereitschaft? Der Begriff Alarmbereitschaft mag vielleicht ein bisschen irreführend sein. Es geht jetzt nicht um Alarmrotten wie bei der Luftwaffe oder um die Alarmgruppe der Infanterie. Aber selbstverständlich sind wir ein High Readiness Headquarter, das auf jede Entwicklung der Lage sofort reagieren kann. Wir haben einen High Readiness Status und dieser High Readiness Status hat sich bewährt in der Phase, in der der Krieg begann, aber auch schon in der Phase, in der sich die Krise abbildete und wir sind sozusagen kaltstaatfähig. Kaltstaatfähigkeit sollte es also zu einem Angriff nun auf einen NATO-Bündnispartner kommen. Wie würde das dann in Ihrem Hauptquartier aussehen? Was für Prozesse würden dort losgetreten werden? Die Prozesse sind festgelegt. Wenn es zu einem Angriff kommt, wird sofort militärisch reagiert und jeder Angriff wird sofort militärisch beantwortet und auch zurückgeschlagen. Sind Sie dafür denn derzeitig gut aufgestellt? Die Debatte kannten wir nun zu Genüge und in den Zeitungen konnte man viel über das Deutsche her, in der Bundeswehr lesen. Sind Sie in Ihrem Bereich und in Ihrem Hauptquartier für diese Aufgabe gut aufgestellt? Ich bin nicht nur in dem Hauptquartier gut aufgestellt, sondern die Region, der Verantwortungsbereich ist gut aufgestellt. Und davon konnte ich mich bei vielen Übungen, bei der gesamten Operationsplanung und vielen auch Key Leader Engagements treffen, mit den verantwortlichen militärischen Führern persönlich überzeugen. Wir sind verteidigungsbereit, gemeinsam als NATO-Familie von Estland bis nach Ungarn. Sie haben gerade die Dimension angesprochen, viele Länder, Reisen haben Sie auch schon genannt als ein Mittel. Wie können sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das vorstellen? Wie koordinieren Sie diese Vielfalt an Ländern? Der Raum ist groß und die Terminologie Reisen darf nicht missverstanden werden. Das sind gezielte Interaktionen, Treffen mit verantwortlichen militärischen und auch politischen Führern und Personen im Raum. Das geht vom Bataillonskommandeur in Estland, vom Brigadekommandeur in Lettland, vom Kommandeur der Landstreitkräfte in Litauen, gleicherweise mit den Kommandeuren der NATO-Verbände bis hin zu den politischen Entscheidungsträgern in den Ministerien, analog wie es bei uns auch ist. Mit den Damen und Herren muss man sich treffen. Man muss sich persönlich kennen. Nur wer sich persönlich kennt, ist in der Lage, Vertrauen aufzubauen. Nur persönliche Kenntnis miteinander ermöglicht durchaus unterschiedliche Perzeptionen, unterschiedliche Ansätze im Sinne einer gemeinsamen Operationsplanung, die auch umsetzbar ist, zusammenzuführen. Die Kernaufgabe ist dann am Ende, und das habe ich auch leibhaftig erlebt, natürlich die militärischen Verbände am Boden, die Verbände der Nationen, der Verteidigungskräfte der jeweiligen Nationen zu integrieren mit den NATO-Verbänden, die sich in erheblichem Umfang in den Ländern befinden, zusammenzuführen im Sinne einer gemeinsamen Verteidigungsplanung. Und diesen Plan entwickeln wir jetzt weiter. Gegen diesen Plan bilden wir aus und diesen Plan üben wir auch, um tatsächlich überzeugend, und zwar wir müssen davon überzeugt sein, aber auch ein potenzieller Gegner muss davon überzeugt sein, den umsetzen zu können. Nur so entsteht Abschreckung. Sie haben besondere Einblicke durch Ihre Tätigkeit, selbstverständlich. Sie sind viel unterwegs auf Reisen oder wie Sie es auch nennen, Key Engagement. Sie sind kürzlich erst aus der Slowakei und Ungarn zurückgekommen. Können Sie uns einige Ihrer persönlichen Eindrücke von dort schildern? Grundsätzlich sind die Eindrücke ähnlich den Eindrücken, die ich aus den drei baltischen Staaten habe. Es war meine erste Reise in den Raum, mein erstes Key Leader Engagement mit den verantwortlichen militärischen Führern, mein erstes Zusammentreffen mit den Kommandeuren der NATO-Einheiten, die ja auch mir teilweise unterstehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auf der gesamten Breite des Raumes, für den ich verantwortlich bin, ein einheitlicher Wille besteht, der neuen Bedrohung, die gegebenenfalls aus Russland heraus entsteht, resolut. Entgegen zu treten, in ein konzertiertes, integriertes Konzept zur Verteidigung überzugehen, dieses weiterzuentwickeln und verteidigungsbereit zu sein. Würden Sie denn sagen, dass es in den angesprochenen Ländern, also zum einen im Baltikum, aber auch in der Slowakei und Ungarn ein anderes Bedrohungsempfinden gibt, gerade was die aktuelle Lage angibt? Ich meine jetzt Unterschiedlichkeit zu der Bedrohungswahrnehmung in Deutschland. Die Bedrohungswahrnehmung der Nationen, die eine direkte Grenze mit Russland und Belarus haben, also einem potenziellen Gegner, ist natürlich greifbar. Und zwar in den Ländern, die diese direkte Grenze haben. Und ich will eine persönliche Begegnung, die sich wiederholt hat, aber sehr plastisch war, gerne teilen. Ich war in Estland und habe mir dort vortragen lassen, gemeinsam mit der estischen Militärführung, wie die Verteidigung in Nordestland in der Stadt Nava vorgesehen ist, wie die estische nationale Verteidigungsplanung integriert ist in die NATO-Verteidigungsplanung. Und das wirkte für mich in der gesamten Terminologie, in der Betroffenheit, dass man 100 Meter weiter auf der anderen Seite eine russische Grenzstation hat, dass man nur 100 Kilometer quasi bis St. Petersburg gucken kann, dass man gegenüber russisches Territorium hat, wie ein Flashback. Und erinnerte mich an die Zeit, als ich als Zugführer und Leutnant eines Panzerzuges in Lüneburg an der Elbe meinen Verteidigungsraum im Rahmen des Kalten Krieges, des GdP, meinem Bataillonskommandeur und meinem Brigadekommandeur vorgestellt habe. Wann war das ungefähr? Das war 1987, also 1984 bis 1987 in der Phase. Und das zeigt, erstens, ich kann das nachvollziehen, dieses Bedrohungsgefühl. Das zeigt, wenn man mit der Bevölkerung redet, wenn man mit den Offizieren, mit den Unteroffizieren redet, wenn man mit den Soldaten redet, die teilweise russischsprachig sind, wenn man mit den englischen Kameraden redet, die dort oben die estischen Kräfte verstärken, das ist eine präsente Situation, das ist eine präsente Bedrohung. Und alle sind sich sehr, sehr deutlich klar, vor welcher Herausforderung wir stehen, welche Verantwortung wir haben, diese gemeinsame kollektive Verteidigung umzusetzen. Und das können Sie genauso in Lettland, in Litauen, im Rahmen des Sowalki-Gaps, in Polen, aber auch in der Slowakei und Ungarn erleben. Ich bin sicher, das gilt für Finnland, genauso wie für Norwegen und die anderen Räume an der NATO- und Nordostflagge. Sie haben es gerade schon genannt, Finnland, bleiben wir im Norden. Schweden und Finnland stehen ja kurz vor ihrem NATO-Beitritt. Was bedeutet das zum einen für die NATO und im Besonderen für ihren Zuständigkeitsbereich? Zunächst mal finde ich es sehr beeindruckend, dass die Entwicklung, die Putin losgetreten hat über seinen Krieg, dazu führt, dass Schweden und Finnland die NATO-Mitgliedschaft beantragt haben. Ich gehe davon aus, dass das auch zeitnah umgesetzt wird. Und taktisch gesehen, als taktischer Führer verantwortlich für diesen Raum, ist das definitiv eine Verstärkung der NATO in dem Ostseeraum, in der Baltic Sea Region und wird einen deutlichen Mehrwert hinsichtlich Verteidigungsfähigkeit, hinsichtlich Schutz, hinsichtlich Kohäsion bieten. Das ist unzweifelhaft. Kommen wir nun auf eine andere Region in Ihrem Bereich. Sehr auffällig ist natürlich die Exklave Kaliningrad. Die ist nur durch das 65 Kilometer schmale Suvaiki-Gap von Belarus getrennt. Das ist alles in Ihrem Verantwortungsbereich quasi mit eingeschlossen. Stellt das eine besondere Herausforderung für Sie dar? Gibt es dort eine größere Bedrohung zurzeit? Die Bedrohungslage hat sich dort nicht verändert. Selbstverständlich ist das operationell eine Herausforderung, weil es eben geografisch oder ein genüchter Blick auf die Karte eine Herausforderung darstellt. Diese Herausforderung hat die NATO-Planung, auch die Planung meines Hauptquartiers, schon immer mit berücksichtigt und wird fortgeführt. Im engen Schulterschluss zwischen den polnischen und litauischen Streitkräften gemeinsam mit den verstärkenden NATO-Streitkräften haben wir Konzepte dafür entwickelt. Wir haben hier gemeinsame Übungen durchgeführt, gemeinsame Planung durchgeführt, sodass ich derzeit davon ausgehe, dass dort keine besondere Bedrohung entsteht, die sich anders darstellt, als wir sie schon immer bewertet haben. Herr General, zum Abschluss möchte ich Sie um eine kleine Zusammenfassung bitten, aber das Ganze mit der folgenden Frage. Gibt es Lehren, die Sie für sich aus dem Ukraine-Krieg ziehen, gerade für Ihren Bereich, aber auch für die Rolle der Bundeswehr im Bereich der NATO? Die sind sicherlich sehr vielfältig. Ich beschränke mich jetzt mal auf meinen Zuständigkeitsbereich und auf meine Verantwortung als taktischer Kommandeur in dem Raum, den ich zu verantworten habe. Die klare Erkenntnis ist, die Integrität des NATO-Bündnisraumes kann nur gemeinsam und nicht alleine durch eine der Nationen sichergestellt werden. Die Nationen haben alle intensive Verteidigungspläne für sich entwickelt und der Mehrwert der NATO ist, dass wir diese Home-Defense-Plans der jeweiligen Länder zu einem gemeinsam integrierten, umsetzbaren NATO-Verteidigungsplan umsetzen. Und damit auch die gesamten Fähigkeiten, die eine NATO in Ergänzung zu den sicherlich vorhandenen, aber in ihrem Umfang beschränkteren Fähigkeiten kleinerer NATO-Nationen zur Wirkung bringen können. Gemeinsam werden wir als NATO, wie auch in der Vergangenheit, diese Herausforderung meistern können. Und die Veränderungen, die sich jetzt ergeben, das Rückbesinnen auf die Befähigung zur Landes- und Bündnisverteidigung als Schwerpunkt, dabei den Blick für 360 Grad nicht aus dem Auge zu verlieren, die Verstärkung, die wir in meinem Raum durch dann vermutlich meinen linken Nachbarn taktisch gesehen auf der Penn-Insula Skandinavien mit Schweden und Finnland erhalten, wird uns weiter stärken. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir an unsere Kinder, an die nächste Generation ein sicheres, freies, prosperierendes Europa übergeben werden können. Damit vielen Dank, Herr General, für Ihre klaren, deutlichen und ausführlichen Antworten heute. Das war's für heute mit unserer Aufzeichnung von Nachgefragt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank auch an Sie und Euch für alle Fragen, die uns über Social Media oder auch ganz klassisch über den Bürgerdialog erreicht haben. Bis zum nächsten Mal.